Hallo Guys und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren epischen Runde Final Fantasy Hype! Ich wollte nach oben gucken, das wäre heroischer, aber nein! Okay, whatever. Wir haben letztens mit der Frau da gesprochen, von wegen Ah, mein Bruder und deine Spaß sind weg, hilf mir! Mit Nola, Nola haben wir gesprochen, dadurch meine Maske aufgesetzt und Sachen getan. Oh ja, jetzt sind wir hier und chillen in unseren Elben mit unserer Gein-Pirates-Map. Ich wollte gucken, wir haben gut Heilung. Drain-Crystal haben wir, den Blue Potion haben wir, normalen Crystal haben wir. Ja, okay, ähm, warte, viel stärker haben wir. 24, okay. Warte mal, wenn ich aber auf Strength gehe, Slash haben wir 44, das ist schon mal gut. Defense auch. Ja, wir haben ja letztens den, ähm, den Schild gekauft. Der Schild ist aber nicht so, so was wir jetzt blocken können oder so. Der Schild ist einfach nur mehr Debt für uns, also nur wertemäßig hilft uns weiter. Nicht, dass ihr euch wundert, warum benutzt du nicht den Schild, dummer Knecht? Ich kann nicht. Kein Plan, wo wir sind, by the way. Eine Spinne! Holy fuck, Spinnen! Die werde ich verkicken, Alter. Äh! Hey, warte mal, ihr seid keine normalen Spinnen, oder? Irgendwelche anderen Käfer. Wow, what? Hä, was? Achso. Ich dachte, was springt mich an, aber nein. Oh mein Gott, kann ich die mal bitte treffen? Ah! Wow, die machen guten Schaden! Vielleicht, wisst ihr was, ähm... Äh, leer, okay. Wisst ihr was, Leute? Wir gehen erstmal zurück. Und, ähm... Da war doch noch ein anderer Weg. Ja. Ich meine, ich gehe zurück. Da waren Geister. Ich weiß gar nicht, ob wir die Geister töten können. Ha! Also, nochmal töten. Ha, ha! Hey, warte mal. Da waren wir, glaube ich, auch nicht, oder? Hier. Äh, öh... Äh, öh... Äh... Oh fuck, irgendwie gefällt mir der Raum nicht. Ich weiß auch nicht. Türe öffnet dich. Jo, ein Speicherpunkt. Geil. Ah ja, Leute, passt auf. Haha, wir können speichern. Und zwar ganz gewöhnlich. Ist das nicht toll? Ja, ich habe ein bisschen Platz gemacht. Ähm... Auf der Memory Card. Jetzt können wir hier nochmal zocken. Oh ja, das ist doch super. Yo! Alter, ich wollte mich nur umdrehen. Der gibt mir irgend so ein Wonder Wizard Item. Der Mondschlüssel. Ah. Okay. Wenn wir jetzt den Mondstab bekommen, können wir uns dorthin teleportieren, wo wir den Mondschlüssel eingesetzt haben. So war das. Das ist ziemlich sick. Behalten wir erst mal. Behalten wir erst mal. Versiegelt. Okay. Was? Nicht akzeptiert. Alter! Ein richtiger Rassisten. Die akzeptieren mich hier nicht. Okay, wir gehen, Leute. Ne, wir gehen. So was ziehe ich mir nicht rein. Ne. Aber wenn ich hier nicht akzeptiert werde, dann gehe ich direkt, Alter. Ne. Wird nicht in Ordnung, Leute. Äh, warte mal. Kann wir von da? Ne, ne? Ne. Hier war man nicht. Leer. Hey, ein Kraut. Das hat sich doch gelohnt. Na gut. Gehört bestimmt den Spasten, der die Kräuter verkauft. Wollen wir versuchen, die Geister zu bekämpfen? Lass mich in Ruhe. Vielleicht sollten wir einfach gehen. Hey, guck mal. Sie kommen hier nicht durch. Ja, nups. Aua. Okay. Der Schaden hält sich in Grenzen. Alter, könnt ihr mal bitte sterben? Holy shit. Yo. Alter, die haben mich verwollowered. Okay, wisst du was? Wir gönnen uns unsere geile Blue Potion. Oh, jo. Die Flasche können wir ja immer füllen mit Kram. Alter, wie viel haltet ihr aus? Ihr seid doch schon tot. Könnt ihr mal aufhören? Okay, fuck it. Ich hab Angst. Hey, einer ist tot, oder? Wir nutzen mal ein Herb. Nein, der andere ist nicht tot. Der ist tot. Oh. Oh, bitch. Oh. Get out. Seid nur ihr zwei hier? Die sind ganz schön scheiße schnell. Die sind so ekelhaft. Ja, klar. Ja, spring doch noch fünf Meter. Stopp, du Arschloch. Oh, mein Gott. Ich brauch ein Geisterschwert. Oh, fuck. Fress. Du Arschloch, Alter. Bam. Holy shit. Okay, ich geh mal kurz nach Rom und heim mich mit Wasser und lad mal und füll meine Flasche auf. Ja, Leute. Wir sind jetzt erblindet. Das ist so cool. Oh, ja. Das Wasser scheint dagegen zu helfen. Oder es geht einfach von alleine irgendwann weg. So. Wasser rausgezogen. Oh, nein. Wir sind immer noch verflucht. Toll. Was für ein Part anfangen, ey. Hey, warte mal. Hier war er falsch. Die Geister waren... Ja. Bam. 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 Steht was auf den Grabsteinen? Ein Grab. Wow. Das ist hilfreich. Ein Grab. Ein Grab. Oh, die Fakten sind ja noch mal zwei von den Faggots. Fress das. Der Mistviecher. Ich glaube, wir sind noch viel zu unter der Welt für dieses Gebiet, Leute. Kein Scheiß hier. Ja, ekelhaft, Alter. Aua. Okay. Holy shit. Da greift mich der andere, Alter, auch an. Okay, wir heilen uns. Wir haben ja Gott sei Dank da oben so viel Wasser, wie wir wollen. Und zwar ist das echt problematisch. Oh. Oh shit, Leute. Wir sind verlangsamt worden. Ich bin jetzt nur noch so schnell. Das ist Rennen für mich. Oh shit, Leute. Glaubt ihr, dass ein, wie dort hilft uns dagegen? Ich probiere es mal. Nee. Hey, aber wir können wieder was sehen. Cool. Aber wir sind trotzdem super langsam. Ah. Oh, nicht mehr. Oh, bitch. Jetzt wirst du gefrackt. Jetzt bin ich nicht blind. Ich bin nicht langsam, du Arschloch. Stop. Okay, ich bin wieder langsam. Ja. Huah. Ja. Okay, bye. So easy, Leute. So easy. Das ist das leichteste Spiel der Welt. Ich bin so schnell. Alter. Kann ich wieder ein bisschen Sonic-Musik haben? Oh yeah. Oh, nein. Ich bin wieder schnell. Okay, cool. Ja, weil, wisst ihr, und dann diese Kackviecher. Die nichts können. Stop. Du Arschloch. Deren Geräusche sind irgendwie süß. Ja, okay. So machen sie es zwar nicht, aber das war auch sehr süß. Danke. Ja. Au. Verdammte Wassermelonenpflanzen. Au. Level up. No one can stop me now. No one can stop me now. No, 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 no one can stop me now. Okay, bye. Oh, ne Truhe. Mal sehen. Wow. Alter. Kettenschuhe der Kettigkeit. Sick. Iron Boots. Bam. Geil, Leute. Geil. Oh, shit. Niemand wird uns mehr an den Fuß picken. Oh, shit. Hey, ist da überhaupt noch was? Na, geile EP, die hier rumfliegen, ne? Äh, wir töten erstmal die Wassermelonenpflanze. Weil die einfach schneller stirbt. Alter, kannst du bitte aufhören, mich umzubringen? Alter. Ich hab Angst. Ich glaub, wir sind etwas am Arsch. Oh, shit. Oh, shit. Lass mich in Ruhe. Oh, danke. Dieser Scheißgeister. Hä, was? Wo? Ah, hier. Kannst du bitte aufhören, durch mich durchzugehen, während ich dich töten will? Du stirbst jetzt ein zweites Mal, motherfucker. Strength gains. Als wir einen Geist geschlagen haben. Ein Mist wie weniger. Ist hier irgendeine geheime Tür? Ne. Okay. Wuh. Okay. Ah, 5 Gold. Nice. Cool, dann ist hier scheinbar nichts mehr. Gehen wir. Jetzt sind wir wieder hier. Ich glaub, hier geh ich erstmal speil... Obwohl, Moment mal. Wir gehen zuallererst wieder ins Dorf und füllen unsere Flasche auf. Duh. Warte mal, muss ich dafür da hin? Ja, ja, ja. Klar, klar, klar. Dann, dann. Erstmal was Schleckeren. Ja, lecker. Dann die Crystal Fleck auffüllen. Dann können wir vielleicht hier hingehen. Ne, nicht zu ihm. Äh, zu ihr. Wir gehen mal zu unseren süßen, lieben Händler-Boy und holen uns noch ein paar, ähm... Hops. Ey, Freddy. Ey. Die Elfenhändler machen ein bisschen Business hier irgendwo. So, ne? Oh, wer weiß. Vielleicht wird's ja noch nötig. Den Drang-Wall können wir verkaufen. Die Blue Potion und die Kristalle. Oder Stargate. Was soll ich mit dem Stargate, Junge? Wartet mal. Vielleicht ist Stargate ja so ein Teleport-Item. Soll ich das einfach mal benutzen? Weißt du, wisst ihr was? Wir gehen speichern und dann versuchen wir das Stargate zu benutzen. Bei Kickfield 4 waren das Zauberstäbe, mit denen man sich teleportieren kann. Aber Stargate... Gate... Teleport... Gay... Schwul. Warte, was? Aua. Okay, den hab ich verdient. Vielleicht bringt uns das weiter. Ich versuch mal, dass es da geht zu nutzen. Oh, hey, cool. Da-da-da. Äh... Oh, das war kein Speicherraum bei. Ich wollte hier gar nicht lang. Jo, rote Schleimhä... Alter, wo bin ich? Äh... Ach, ich bin aus der Holztür gekommen, ne? Jo, jo, jo. Okay. Warte, aber verwechsel ich gerade was? Ja, jetzt sind wir wieder hier. Ja, ich will einfach nur speichern, Alter. Womit in meinem Leben? Was war das für ein Geräusch? Äh... War hier ein Speicherpunkt? Ach, wir sind hier wieder. Oh, ups. Ja, okay, gehen wir einfach zu dem Speicherpunkt hier. Ist ja egal. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Aber wüsste, was wir machen? Hier haben wir ja sowieso noch Business zu tun. Die Skelette und das andere Kackvieh. Oh, Goldpost. Hier tue ich mal den Mondschlüssel rein. Zack. Und wenn wir den Mondstab oder den Mondgate gefunden haben, gehen wir hier hin und porten uns ein. Und dann rängen wir den Kraken und die Skelette und so. Und speichern die erstmal. Und jetzt versuchen wir mal, das andere Gate zu nutzen. Saving. Bitte wartet ihn. Schaut euch vor, wir gehen irgendwo zu irgendeinem High-Leveled-Gebiet. Nee, nothing happens. Okay. Ich glaube aber, das ist trotzdem so ein Gate-Ding. Aber, dass der Schlüssel nicht in einem Podest ist. Und wir uns deshalb nicht teleportieren können. Ich glaube, so ist das eher. Die Teleporter werden auch sehr nützlich für uns sein. Falls überhaupt wirklich ein Teleporter ist und nicht. Keine Ahnung. Ein volovisadischer Gegenstand, der was anderes tut. Ja, das ist der offizielle Name. Leute, gehen wir da links oder nach rechts? Weil rechts gab es ja auch noch was. Na, checken wir erstmal rechts ab. Ich will mal wissen, was da ist. Geil roten Schleime. Nee, nur die süßen Dingens. Grünen Schleime. Nur das sind meine Bros. Pisst euch. Dun, dun. Ah. Hier ist nix. Ah, hier sind die grünen Schleime. Das sind meine Bros. Wow, holy shit. Erschreckt mich doch nicht. Kleines Pflänzchen-Arschloch. Faggot-Wansinn. Ah, ihr müsst hier weniger. Das scheint auch zum Dorf zu gehören, aber hier war wohl länger niemand mehr. Jaau. Oh. Nur tot. Hey, was ist das für ein Teil? Ähm, ein Kristallschad. Okay, cool. Was kannst du damit machen? Ich hab keine Ahnung. Ich behalte die Scheiße einfach mal. Vielleicht können wir das auch nur verkaufen. Alter, so ein Stück Scheiße, ne? Das tötet sich zuerst. Stopp! Alter, du Arschlochvieh. Ich wünsche, ich könnte fliegen. Okay, bye. Whatever. Natürlich erst mal deine Freunde. Zack. Ah! Was? Da bist du schon wieder. Arschloch. So ein ekelhaftes Stück Scheiße. Stopp! Ich hasse die so sehr. Haben sie wieder voll auf die Fresse gegeben. Das ist Kackvieh. Ich mag, dass die so stören. Das gefällt mir. Äh. 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 Wisst ihr, wofür es eigentlich Zeit ist, Leute? Eine neue Waffe. Das wäre doch geil. Oder, Leute? Eine neue Waffe. Das wäre super. Ich hab voll Bock drauf. Die Sterne. Hä? Oh, hey, ein Kristall. Danke, Pflanze. Hier sind nur Knochen. Da ist ein Gegengiftkraut. Hat diese Leiche noch etwas? Naja. Dun, dun. Hallo. Ah, hier ist ja niemand. Weihnachtsmann? Nee, auch nicht. Äh. Soll ich hier schlafen? Nee. Hm. Nee, hier scheint irgendwie nichts zu sein. Gehen wir. Bamba. Yo, Alter. Ich spawn doch instant, nachdem ich dich getötet hab. Du Arschloch. Die Schleife sind okay. Die sind süß. Aber du bist scheiße. Wisst ihr was? Wir rennen durch. Ah. Auf die männlichste Weise überhaupt. Okay, hier gab es irgendwie nichts. Haben wir ab. Das war enttäuschend. Hm. Hier war auch kein Geheimtür, ne? Nee. Okay, wir ranken dieses... Obwohl, naja. Es dauert nur zu lange. Eigentlich brauchen wir die AP, ne? Ach, egal. Wir gehen mal kurz zum Dorf. Heilen uns da. Und dann gehen wir in die andere Richtung. Ich hab die Potion voll, ne? Ja, Blue Potion. Okay. Äh. The entrance to the village. Ja, ja. Da die Geister, die sind aber schon Geschichte. Äh. Da könnten wir nicht durch. Hier ist das Wasser exakt. Ha, ha, ha. Okay. Hey, warte. Das ist voll geil. Halt. 26 ist voller AP. Okay. Ich dachte, ich werde ein Meer leben. Aber ist okay. Ist okay. Ich bin nur ein bisschen enttäuscht. Ich bin nur ein bisschen enttäuscht. Ist okay. Alles gut. Ist okay, Spiel. Enttäusch mich. Ist okay. Alles cool. Nee, ist in Ordnung. Ist ja nicht so alt. Hätte ich hoher Wartung an dich. Nein. Nein, nein. Okay. Versuchen wir nicht mal aufs... Nicht aufs Maul zu hauen. Äh, zu fliegen. Ganz... What the fuck? Ich levitiere. Okay, pass auf. Ganz vorsichtig und genüsslich. Vorsichtig und genüsslich, Leute. Das ist das, was du dieses Spiels. Vorsichtig. Oh fuck. Warte mal kurz. Dann will ich doch gar nicht hin. Wir gehen da lang. Ja, ja. Genau. Zu den anderen Soldaten. Hey, Schatz. Ich habe dir was mitgebracht. Schmerz. Arschloch. Äh, der hat so eine krasse Waffe, ja. Und ist zu kack, um die zu benutzen. Wie scheiße. Aua. Die Mann ist zurück. Du will nicht weh. Wow, 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 wow. Bro. Was jetzt, ha? Jetzt bist du tot. Ach ja. Gehen wir da lang. Jo, Alter. Was geht hier ab, Mann? Da ist noch jemand. Äh. Das ist seltsam. Verschlossen. Gehen wir da lang. Arbeiten wir uns ganz langsam systematisch vor. Hey, warte. Ist da links was? Nein. Von links kann mich niemand wegrecken. Okay. Hey, Bro. Hast du Probleme, Bro? Hast du Probleme? Ha? Alter. Wir gehen hier hin, ja. Und schlachten einfach alle ab, die wir sehen. Alle. Monster, Soldaten, alles. Alles will ich töten. Was passiert? Hat man aber Bock, ne? Alle umzumachen. Kann man machen. Äh. Eine Grube von mit Schleim. Ja, das... Yo, Alter. Tschömer. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas ist. Wir töten die Schleim und untersuchen die Wände. Äh. Äh. Yo. Klick, klick. Okay, alles klar. Sterbe. Hey, level up. Cool. Yo, Alter. Mir wurde voll schlecht. Ich glaube, ich bin geschrumpft. Okay, whatever. Nee, nichts. Aber ich höre Geräusche. Ja, vielleicht ganz gut, dass wir sie ausgeschaltet haben. Ich habe das Gefühl, dass wir hier irgendwie reinfliegen werden. Wie komme ich nur darauf? Hm. Na gut, gehen wir. Dun, dun. Da ist die Kamera des Sweeties. Aber der ist ja schon tot. Da ist der Playboy. Yo. Yo. Alter. Wo sind die denn für Ficker? Die öffnen das Ding einfach, um mich zu ficken? Leck mich. Oh, fuck. Ich glaube, wir haben ein Problem. Aua. Ja, wir haben ein Problem. Aua. Hey, wir können das doch friedlich klären, Freunde. Friedlich. Mit deinem Feuerball. Und. Ja, das war's. Ich würde, ich wünsche, ich könnte meine MP irgendwie auffüllen. Aber es ist nicht. Okay, es sind so viele. Ich benutze einfach meine Feuerbälle. Wreckt. Scamp. Oh ja, ich kann einfach nicht spammen. Richtig. Warte, warte. Ich muss kurz casten. Okay, bam. Warte mal, warte mal. Ich bin gleich fertig. Ich bin gleich fertig, ja? Entspannt euch. Bam, okay. Ich komme hier einfach nicht durch. Das ist sehr schön. So. Okay. Wir sind offiziell kein Volo Wizard mehr. Au. Oh. Wow. 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 Wow, 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 wow. Ich gebe mir erstmal eine geile Potion, Alter. Dann. Dann. Stopp. Stopp. Verreckt. Aua. Alter. Oh shit. Oh shit. Stopp, endlich. Okay, okay. Chill. 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 Ein Kraut. Alter, wie wenig hält bitte das Kraut? Mann. Wir können uns noch eins. Das Kraut hat also 40 HP, ja? Das ist gut zu wissen. Alter. Alter, hat der voll die krasse Kombo. Wir sind nicht bei Street Fighter. Verpiss dich. Nein, tut mir nicht weh. Okay, Boy. Nur noch du und ich. Nur noch du und ich. Boy. Okay. Hätte ich den nur zuerst angegriffen, Alter. Aber gut, es geht aus der Latte. Gehen wir mal. Warte, ist die Tür jetzt offen? Naja, natürlich. Die könnt ihr öffnen. Ich nicht. Fickt euch. Gehen wir mal hier lang. Hier ist ein Skeletz. Oh. Hey. Die Scheiße brauchen wir doch, oder? Was ist hier? Oh, ein Speicherpunkt. Sick. Ist hier auch ein Ding drin? Ein Schlüssel? Ne. Okay. Speichern wir mal. Wir haben gerade nicht unbedingt die höchsten HP-Werte. Aber ich habe auch keine Lust, hier zurückzulaufen. Obwohl, es würde sich schon anbieten, wegen dem Trank und so. Aber wir haben noch ein paar Kräuter. Wir kommen klar. Außerdem machen wir hier sehr gut Geld. Können wir uns behalten. Wisst ihr, was wir machen? Wir stecken hier erstmal fest. Und dann gehen wir hier an. Dann. Und dann nehmen wir dieses Teil, was wir auf dem Skelett gefunden haben. Und tun das hier rein. Rombuski. Ja klar, whatever. Bye. Yo. Sind hier noch irgendwelche Arschliche, die wir auf die Fresse geben wollen? Ah, scheinbar nicht. Nicht als Knochen. Knochen. Ein Kristall. Leer. Ist hier sonst nichts? Wird jetzt ein Skelett drin? Oh, ein Drainball. Nice. Und, ja. Wow, wow. Wow, Alter. Cool. Haha. Okay, wisst ihr was, Leute? Uh. Ah, äh. Da ist noch eins. Das können wir nicht mitnehmen, oder? Ganz schnell? Nein. Okay. Fuck this shit. Wir müssen hier irgendwie rauskommen, ne? Oder können wir das öffnen, wenn da nur eins ist? Weil da muss halt auf der Seite, wo das geöffnet werden soll, so ein Teil drin sein. I don't know. Wer nimmt uns das mit? Kann ich hier rein? Nein. Okay. Es muss also einfach dort sein, wo wir durch wollen. Ach so, auf der anderen Seite zählt nicht. Na gut. Gehen wir hin. Gönn uns den Shit hier wieder. Jetzt geh doch zu, du Kacktür. Oh, wer baut denn sowas? Wir sind nicht... Alter, nimm das mit, Junge. Wir sind ja nicht bei Minekraft. Äh, wir speichern aber erstmal davor. Wieder mal. Äh, hier war der Speicherpunkt, ja. Checking der RAM-Card. Ja, lass dir Zeit spielen. Lass dir Zeit. Bam, yes. Zack. Saving. Awesome. Oh. Setz dich mal ein bisschen bequemer hin. Geil. Saving. Dankeschön, Spiel. Hast du noch so ein Skump? Boy. Pass auf, ich dich wegbrücke. Pass auf. Au. Au. Aha. Boy, was glaubst du, wer du bist? Was glaubst du, wer du bist? Ich bin ein... Talentierter Schwertkämpfer, ja? Du Arschloch. Du bist gar nichts. Bist du Soldaten-Skump. Ich werd richtig wütend bei dem Spiel. Au, ups. Da ist noch so einer. Ja, komm, können wir jetzt erstmal um den. Ah, Schloch. Oh, das ist Lock. Au. Wow, wow. Chill. Holy shit. Wir sind einem wahren Krieger. Wir stehen einem wahren Krieger gegenüber, Leute. Friss mein Schwert, Arsch. Oh, er hat so ein Ding. Gut, dass ich ihn besiegt habe. Jetzt haben wir zwei davon. Gehen wir erstmal hier rein. Zack. Awesome. Da können wir noch rein. Was ist das? Base number one. Okay. Jo, Bruders. Geht ab. Ne, der Base, die du da hast. Weißt du, was schön wäre? Eine Gruff, die so aussieht. Au. Ja, da hast du Angst, ne? Da rennst du weg, Junge. Oh shit. Oh shit. Okay, bye. Ich finde schön, wie sie sterben. Leer. Okay. Hey, warte. Was haben wir gerade aufgesammelt? Ich habe gar nicht aufgepasst. Äh, so ein Key? War es das? Naja, whatever. Gehen wir. Gehen wir zuerst in die verschlossene Tür oder darunter? Wie geht das in die verschlossene Tür? Merkt euch schon, wo wir schon mal waren, okay? Alter, hier geht es ja noch 3000 Mal weiter. Äh. The Underwood Prison Number One. In Gefängnis. Okay. Gucken wir uns hier ein bisschen rum. Alter, Schleim. Was hat der verbrochen, Alter? Was hat mein Bruder verbrochen hier? Wow. Wer war das? Hä? Der Wichser hat einen Bogen. Ist das dein Ernst? Aber soll ich meine Dragon Balls auf dich benutzen, Junge? Fick dich mit deiner Scheiße. Boom. Willst du mich verarschen, Junge? Friss. Ekelhaftes Stück, Kacke. Vielleicht ist ja bei dem Skeletten noch was. Ne. Nur Knappen. Wow. Aber hier ist ein Geheimgang. Cool. Gut. Gehen wir da lang. Alter. Keine Geister. Fick dich, du Geist. Es schlägt ein bisschen, wa? Geister, ihr seid zu krass für das Spiel. Okay. Wisst ihr was? Fuck it. Wir gehen hier später ein. Ich hab keinen Bock auf die Geister. Wir töten sie, wenn wir ein bisschen stärker sind. Das ist ja dann viel angenehmer. Warte mal, komm ich von da? Ne, ich komm von da. Haha. Aber ich brauch nen Schiss, um wieder rauszukommen. Wollt ihr mich verarschen? Okay, gucken wir jetzt erstmal hier um. Da ist ne Leiche. Süß. Aber wenn er an dieser Pflanze gestorben ist, ist er noch schlechter als ich. Na gut, ich bin an Kragen gestorben, aber hey. Detail. Ah, soldier of veridans. Okay. Da ist ne Leiche. Noch eine also. Ach, das ist auch in der Gefängniszelle. Nur ohne Gitter. Ist das alles ein Gefängnis? Ah, der lebt ja. Natürlich ist der verschlossen. Yo, Bruder. Was los? Hey. Schwisch. Befreie dich. Ja. Ah, ist auch verschlossen. Schade, ich wollte das Kraut da hinten. Und das da. Alter! Hab ich keinen Schlüssel? Nee, ne? Ich hab nen Rombuski, aber der... Wronki. Bruder. Okay. Kann ich nicht Shanglong rufen und den irgendwie rausholen? Nein. Okay. Keine Sorge, ich komm für dich zurück. Vielleicht. Ich meine bestimmt. Geh, wir hier rein. Good death. Dann. 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 Aua. Was war das? Wer war das? Hä? Dieser Wichser da oben. Okay, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht, Alter. Huah! Dann. Dann. Huah! Aua. Aua. Oh, scheiße. Wir kommen gar nicht mehr zurück. Weil wir davon einen Schlüssel brauchen. Oh, fuck. Okay, Gott sei Dank hab ich ein paar Heilungen. Sonst wär das echt ein Problem. Yo! Alter! Pass mal auf, du hast mich fast getroffen, ja? Oh, scheiße. Geh mir da lang. Was ist das? The entrance of the big mine. Oh nein, ich find keine big mine. Wir gehen da lang. Vielleicht komm ich ja da hoch und dann kann ich sie wegrangen, diese Scums. Oh, du Arschloch. Willkommen in deiner Hölle, Arschloch. Ah! Ey, die tun mir weh. Dörfen die das, Alter? Wir haben so ein geiles Earthshot. Aber bald wird das kritisch. Bald müssen wir zurück wegen Heilungen. Alter, bist du gerade gespawnt, mein Schatz? Ich töte erst mal das andere Kackvieh. Oh, du stirbst jetzt, Mann. Okay. Yo, hat er noch was fallen gelassen? Yeah, so ein Teil. Awesome. Oh, vielleicht hat er andere auch so ein Teil fallen gelassen. Ich hab nicht aufgepasst. Wir gehen da noch mal hin. Nur um ganz sicher zu gehen, wisst ihr? Ist hier was? Nee. Ist hier was? Nee. Na gut, alles cool. Anscheinend. Kommen wir hier überhaupt rein? Oh, ja. Nice. Hey, warte. War hier nicht so ein Typ? Oh, egal. Hey, warte. Öffne das. Oh. Die Tür trollt mich. Weißt du, was es hier gibt? Äh. Ein Musikwechsel gibt's hier. Immerhin. Aber ich hab das Gefühl, wir haben uns noch nicht ganz umgeguckt dort. Bei dem anderen Ding. Wisst ihr was? Wir gehen zurück. Und checken erstmal den auch dort ab. Das wär, glaub ich, besser. Yo, boy. Was geht ab? So, wir bauen hier den Rombus-Key. Zack. Bye. Jetzt nehm ich den Rombus-Key wieder mit. Nice. Nein, hey. Oh, ich kann ihn schneller drehen lassen. Oh, ich kann ihn auch einfach mitnehmen. Okay, aber den Gefängnis-Zählen war ja nichts. Da können wir hier den Rombus-Key einsetzen, Alter. Zack. Wo waren wir noch nicht? Da unten waren wir noch nicht. Alter, gib mir den Rombus-Key. Gut. Hey, Bro. Wieso stirbst du nicht, ha? Oh, mein Gott. So ein Ekelhafter. Bye. Leer. Okay. Gibt's hier in der Geheimtür? Das sieht irgendwie so aus. Nee, okay. Hi. Oh. Du bist aber ganz allein hier, mein Boy. Aber das ist etwas traurig. Keine Sorge. Du wirst bald nicht mehr allein sein. Sonst haben wir deinen toten Freunden. Okay. Du bist aber ein richtiger, böser Overlord, ey. Hey, hat das fein gelassen. Jo, ein Schlüssel. Hey. Ist das ein... Ein J-Schlüssel. Ey, wir gehen zurück und helfen den Typen, der, äh, Dingens eingesperrt war. Ist hier noch was? Yeah. Oh, da komme ich hierher. Nee, ich komme aus der Holztür. War das hier? Wow. Wow. Was bist du denn, Alter? Was ist das für ein Ding? Das Triforce? Light Crystal. Oh. Gib mir deine Magie. Magic Lunt. Leider haben wir keine Magie mehr. Light. Das ist toll. Nice. Wir haben Light erlernt. Okay, aber ohne MP wird uns das nicht für bringen, ne? Bam, bam, dadada. War egal. Was wir haben, haben wir, ne? Gehen wir jetzt erst mal zurück zum Typen und retten ihn. Schatzi! Ich bin gekommen, dich zu retten mit meinem Rumbuski. Ah, Leute. Was wir zu sagen hatten, wie wir ihn retten, das seht ihr im nächsten Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, Leute. Ciao.